Vielen Dank, Prof. Dr. Rufetreiß von den Ingenieuren 22. Es ist jetzt so, dass das Wetter nicht wetter wird. Die unentlegten und wetterfesten dürfen jetzt auf den Demenzug. Der geht über den Kärmerplatz Neckartur wieder zurück, durch unseren zerstörten Schlossgarten, bis zur Ablauf-Klärm-Passaden. Und wer uns trocknen möchte und sowieso zu der Veranstaltung ins Haus der Wirtschaft gehen will, der kann sich auch jetzt schon auf den Weg machen, weil bis halb acht ist nur noch eine halbe Stunde. Es tut uns leid, aber heute etwas Sitzung. Ihr seid super, dass ihr es auch ausgehalten habt. Ich verzichte auf die Termin-Durchsagen, einfach weil es so spät ist und so nass. Termine findet ihr auf der Seite bei Ablauf-Aufstand im Internet. Vielen Dank und ich hoffe, es sind alle da. Alle, die euch wichtig sind, könnt ihr wahrnehmen. Dann wünsche ich euch einen guten Nachhauseweg, wenn ihr nicht krank. Gut, dass ihr Schöne dabei habt und oben bleiben.